Woran denkst du wenn ich sage Kinderregeln Hey Leute jetzt sind wir mal wieder im Black Ops 2 bei einem 9-1-1 gegen Keule da kommt ein kleiner Stönerer Jo kann ich verstehen bei mir nur wie was sind wie ihr mich jetzt hört ja jetzt mal meinen Kopfschutz weggenommen ich hoffe man hört mich trotzdem jetzt sehr gut er kommt wird es ist ein solcher meint wird sie ihn nicht von mir und gemeint und mein Kopf wird zumal du mein Kopf wird die Prozent dieses Gummiertige Ding da das gar nicht das ist die Füße Kette wird so bekommt bei einer eigenen Klasse mitgenommen ich kann nicht nur mit der Klasse mit dieser Tarnung spielen immer die meine Waffe immer meine Waffe meinetwegen kann man schön warten ich hab noch eine kleine der ist ja oben komm raus komm raus ich bin kein Hardscorp, ich bin nur ein ganzes Maler Spieler wenn du den gesehen hättest hallo na doch, das ist doch noch da ich schlitz gerade ja, sorry, mein Vater kam gerade mitten ins Zimmer und weil es halt einfach nicht gewollt, machst du vor die Pornelhefter zu was soll denn sonst kommen? hallo, hallo äh, ich würdest lieber nicht wissen ohne Stammzüge und kittige perverse Familie ja, mach so was sollt solche perversen? mhm unaufälliges Nachladen unaufälliges Nachladen warum kassier ich immer so hart? so hart oder so wenig? ganz wördig nach der Zeit denk ich beides losgott ja, kassiert der müsste da drauf das darf ja nicht 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 Millimeter warte ach so ach so ein cooler Professor so braucht nicht mein größer meines Schwarz Millimeter brrrr also wenn man das jetzt alles mal 3 multipliziert steht am Ende 3xC 3x30 3x30 Millimeter so ich kann aber überhaupt nicht das glaube ich auch nicht ach klar, dreimal wo ist keine 16 Millimeter denn sie kommt überhaupt 2 Millimeter wo, wo, was so, was so? ohne aufs Alter wahrscheinlich merke ich überhaupt nichts einmal manchmal ist eine Taktik wenn du wüsstest was ich mache nicht als Kopf und du? ne eigentlich nicht ich warte nur hier auf etwas man kann da nicht durchschießen ich habe noch hinter weiter ich habe noch hinter den Reichen weiter weißt du was ich vorhatte? nicht dort unten zu holen das klingt falsch mir nur noch zu holen ich dort unten zu holen das ist du perverse gerade bei Gnadenlos roste mich das ist du wirst ich sehe das schon ich bin ich bin ich bin das ist du wir wenn sie ich bin ich bin ich bin das Mal ich bin das Warten Taktische Warton Wenn es mich nicht mal trifft Fuck Weil ich ganz normal dort nicht Ja, das Problem ist Ja, ich hab halt kein Aim Ich kenn's Oh, der wagt von Taktisch Warton Taktisch ist Warton Taktisch ist Warton Taktischer Warton? Digga, was bist du? Smoky? Smoky 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 Star Wars Das fette Haare die Dinger Das wohl immer so Nein, ich meine nicht Hegwitz Kennen wir schon von Hegwitz Das ist So ich, ich hätte die Taktische Warton Nein, das sind die Taktische Warton Die Taktische Warton Die Taktische Warton 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 Weiß ich war jetzt da nicht zu laut so trappig Spoil Aus dem Prinzip Hi Ich hab' ich nicht mehr gesehen, was? No scope No scope No scope so irgendwie auch dieser klasse wollte ich mal ausprobieren das ist jetzt bitte einmal ganz kurz in die fette schießen ich habe keine frau aber auch gut du 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 meine tastes hat gegen mich von der Klinik und erlaubt er ist so lange setzten auf die weil demnächst nehmen leider keine damals externe kann ich nicht leiten aber was muss man sein wir wollen und da stellt er sich zum ersten Mal ein deutsches Bild-TV auf, aber oh mein, f*** mich auf. Was ist das? Ich f*** mich nicht mehr. Was meine ihr umgehen? Hm, das glaubt natürlich. Warum hast du doch mal die DSR genommen? Oh Gott, bin ich bescheuert. Kann ich dir gern beantworten? Das wäre ich lieber nicht. Das wäre nicht. Das wäre ein ehrliche Antwort. Weil ich lieber Wenn ich das wüsste, wüsste ich heute nicht. Wüsste ich heute zwar, wer ich bin, aber! Guck mal jetzt in dir mein Physik. Guck mal, lass mal. Ich würde auch einen machen, das f*** dich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wer für sich die Skills. äh candy bedeutet hast du grad candy soll jemand an meiner zuckerstange lutschen zuckerstange willst du eine zuckerstange 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 für alle wo auch eine zuckerstange lecken wollen also einfach die teule seht ihr ja vor dem video zuckerstange will ich mal an meiner zuckerstange lutschen zuckerstange grad zuckerstange wer will diese zuckerstange ist immer für mich da und beginnt immer zuckerstange grad zuckerstange wer will grad zuckerstange so wie es auf die straße so ein feck sie kleinen kitties oder ganz ehrlich die antwort darauf willst du nicht wissen die antwort darauf willst du echt nicht ich komm in den wusch schwarz wird auf dich sexy gott genie scheiße es wird ja das ist deine blüte die Bissi oben die Sünden er hat auch die Rüste und die Bündnis die Bündnis die Bündnis ich hab dich auch getroffen als die Treppe hoch war ich dachte es ist und das ist das ist getroffen ja das Problem ist in einem Fluss da und ich bin auch in Person möglich hat noch mehr ja ich bin doch weiß ich bin aber ich bin er was für mich der Knochen praktisch war nichts anderes Was? 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 Bitte einfach versuch durch den Sporn durch zu schimmeln. Weißt du was mir schon kurios ist? Warum sind die Kissen? Boah. JoJ ciao. Ach... Ab jetzt jetzt schaust du nie wieder meine Video an. Ganz ehrlich, die habe ich früher auch noch gar nicht besucht. Aber jetzt? Was bedürfplayt, das нет? Yaaa... dann war die ganze Zeit ich habe die ganze Zeit auf nur ein Video mit diesem kleinen Fudius da wo du den die ganze Zeit rast hast weißt du diesen einen Fade oder Farbe? ja Fudius kennst du den? soll er heißen weiß ich nicht ja leider war ich erst in meiner Freundeslüfte ey der hat leider kein Headset mehr hat der kein Headset? hat der kein Headset? boah ey Mikrofon ja das war bei meinem Headset auch so bei meinem eigenen war wirklich broken aber das Zeichen war da ich denke so weeeeeee ist dir was aufgefallen? ist dir was aufgefallen? ja ja einfach so ja ihr habt es gesehen einfach so direkt drauf geaimt so gewartet M8 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 weil ich doch keine Ahnung habe weil ich doch keine Ahnung habe kommt ich habe mit der Person obwohl ich echt nötig habe mein Grund ich möchte dich töten ich habe nicht mal auf dich gezielt ich wollte dich zu explodieren mit dem Auto bringen das Auto ist auch explodiert aber gibt dich was schon vorher du ziehst du ziehst denn du hin wenn du aufs Auto schießen willst auf mich und du auf mich dann ne du bist einfach so du hast du hast versucht ein bisschen rum zu schweiharten und bist dann überall rumgejumpft auch in meine Kugeln rein schweiharten wir mussten nachladen und konnten wir konnten schon aber das ist immer zu spät alles klar ich mache mal so einfach so einen Hecksprung des Todes gegen die Wand oder dass du sagst dass du gerade online bist oben bist online sag ich schon hm online ich glaube nicht dass ich online bin wenn ich mich jetzt nicht so hast du irgendwo fliegen da kommt etwas ach ja Ragekid im Moment wenn du kurz vor dem Ragekidden bist und dann bemerkst ne das kann ich jetzt nicht bringen die schweigen in 1 im 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 in im 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 er hat die reich hat mich mal gezielt ich bin gut ich habe schon genau und er hat es das hat doch nicht mehr zu geben ich bin der Kiefer eben und Wie schluckst du eigentlich? Nur mal so ne ganz angemessenes, unangemessenes Frage. Komm. Deine Mutter klaut 3b und dein Vater steht schmierig. Oh, du bist hier oben. Ja, ich versuche eigentlich die ganze Zeit runter zu springen und dir den übelsten Tornhaut an den Stand zu geben, aber es funktioniert irgendwie nicht. Weiß ehrlich, oder? Wieder oben, oder? Nein, ich auch nicht. Sag mal, du kimmeln wir nicht wieder mehr. Fertig. Aber du warst besser als wie der Fall. Der hatte 4, ne? Ja. Ne, du bist schlecht damals. Ja, der hatte 6, ich weiß. Ja, der hatte 4, du bist besser. Im Einfeld. Du lebst? Das ist ehrlich keine Prophäre. Hast du das Spiel eigentlich durchgeführt? Also Platin bekommt? Ja, wie man es nennen will. Kommt ganz drauf an, wie du es nennen würdest. Das ist gerade ein On-Up-Or. Ich hab... auch schon mal ein normales Spiel, auf dem wir kaum noch anfangen. Ne, ich mein hier die Platin-Trophäe. Platin-Trophäe? Ich hab die Platin-Trophäen im Spiel. Genau. Okay, ähm, das wär's damit ein Video gewesen. Tippt mir auch nach oben, wenn ihr mehr sowas sehen wollt. Und tue Leute. sehr es sind gleich. Auf die Platin. Und jetzt wird das Chape.